So, auf zum nächsten Stingens. So. Wir arbeiten uns so langsam vor. Gucken mal, was hier von denen kommt. Da kommen nicht viele, die stehen einfach nur rum, das ist gut. Mal abwarten hier. Gibt das hier noch irgendwas Lustig? Können wir noch irgendwas kaufen? Ja, so ein bisschen was können wir noch. So. Bisschen unterwegs. Ihr hier greift den nächsten Turm an. Ähm, so. Attacke. Ich mache hier den nächsten Dingens bereit. Auch wenn ich fast befürchte, dass wir gar nicht so viel brauchen, aber wir machen das mal vor uns selber. Wird schon. So, dann können wir noch ein Dingens holen. Wenn Heiler am besten oder so. Ja, würde ich mal sagen. Haben wir unsere Plätze voll ausgenutzt. So. Mal mal so ein Geysir machen hier. Na, so. So, und ihr folgt mir jetzt. Ihr macht nämlich jetzt hier mal Attacke. Kommt ihr jetzt? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Und jetzt attackiert ihr das, wenn ihr dann da mal da seid hier. Na los. Ähm, da so hin. So, machen wir mal so einen Leuchtkegel oder sowas. Wir sollten ja mehr auflösen. Was? Ha, los jetzt! Danke, so ein Leuchtmittel! Ja, okay. Äh, ich hole mal die nächsten hier, die ja schon irgendwo bereit sind. So. Los, geht ins Licht! Genau, geht ins Licht! Für das heilige Licht! Hey, Leute. Ich will nicht mehr. Je näher er hier rankommt, desto äh, trauriger wird er. Ich verstehe. Äh, warte, 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 warte. So. Hey, wollte ich nicht sterben. Nee, das wollte ich nicht. So, zum Glück krieg ich Spawn nicht. So. Können wir noch ein paar Leute holen? Ach, du Kacke, sind die schnell kaputt gegangen. So, machen wir noch ein paar. Noch ein paar. Alter, jetzt kommen die hierher. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Bam, Junge. Das ist gar nicht gut, nee. Ja, das weiß ich, dass ihr mich begraben werdet. Und was mach ich? Ich hau einfach weiter auf mich ein. Ah, was wird geschehen? Ja. Ich krieg's ja nicht tot hier. Bam. Und nochmal. Bam. Und weg hier. So. Kann ich noch irgendwas holen? Und heiler? Warum nicht? So. Hier kommt es mit hier. Und dann machen wir erstmal den hier platt. Bei die hier. Ja, ja. Denk ich auch. Jetzt. Aber waren sie halt wehntot? Ich versteh nicht, wieso ist der Baum? Scheint ja doch eine größere Armee zu haben, als ich dachte, diese olle Ophelia. So. Habt ihr's jetzt? Ihr habt ihr schon geköpft. So. Alle mitkommen. So. Dann geht ihr in das heilige Licht. Macht euch auf den Weg zum Leuchtfeuer. So. Die hier auch. Mal nach da hinten nehmen. Und noch ein paar holen. So. Dann mach ich gleich hier den Dingens. Die Schlachtrufhymne. Wenn sie hier vorbeilaufen. Na los. Komm, 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 komm. So. Komm schon, wenn's mit dir gehen, geht's ab. Wenn's mit dir gehen, geht's ab. So, auf sie. So, das wird schon. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir müssen ja nur an dieser Blockade einfach vorbei. Ich muss hier ein bisschen wegfliegen, sonst bekomme ich zu viel Schaden. Alter, da kommen aber auch viele an hier. Ah, okay, ich darf nicht zu nah reinfliegen. Okay. Gut zu wissen. Aber meine Aufgabe ist doch hier, irgendwas zu vernichten oder nicht. Ach, jetzt haben die mir auch noch hier so ein Ding in Zerstört. Ich glaub, es hat... Das war für unsere Fans. Wir sind auch so schon komplett voll. Jo. Ähm. Na, super, jetzt soll ich... Achso, ich dachte schon, jetzt haben die schon wieder den Ton kaputt gemacht. Aber es ist ja nur der, den ich hier gebaut habe. So, machen wir hier mal Gesichtsschmelze. Wow, hab ganz ein Typ getroffen. Ist ja ein Hammer. So, macht ihr ja die hier fertig. Ich hab jetzt keine Ahnung, wie ich da jetzt vorbeikomme oder so. Oh, was ist das Felsbrächtnis? Wart mal. Ich kann es hier mal ausbauen. Muss ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwas anderes an Türen zerstören soll oder sowas. Hm. Ich hab nicht getroffen. Ob das überhaupt geht, dass ich hier diese Türme zerstören kann. Kann ich ja mal gucken, indem ich hier die anderen Typen hier mal bestelle. Die hier kommt erstmal mit. Das stelle ich dann erstmal hier ab. Ja, ja, du hast Blut im Auge. Ich weiß. So, ähm. So viel kann ich eh nicht mehr bestellen. Hier geht man in das Licht. Muss ich euch halt mal opfern. Die anderen werden hier gleich verteidigen. Die, die hier noch auf dem Weg zu mir sind. Ein paar muss ich halt jetzt mal in den Sto schicken, sonst geht das nicht. So. Ihr hier. Einfach alle mal warten. So. Und hier. Felsbrecher. Mächtiges. Unterstück des Franzosen Mobile. Boxentürme inspirieren. Da da da. Okay. Dafür brauche ich doch die nächste Stufe. Okay. Gut zu wissen. So, dann markiere ich hier mal einen von diesen Türmen da. Was macht die Braut? So. Immer schön ins Licht laufen. Genau. So. Müssen wir nochmal ausbauen, damit wir auch die, die andere Stufe da erreichen können. Kriegen wir hin. Das ist im Bereich des Möglichen. Meine Beine. Ja, ja. Deine Beine. Ich auch. Ich will den hier mal kurz. Während da hinten noch alles ausgebaut wird. Und dann mal gucken, wie ich da dann diese Felsbrecher benutzen kann für die Türme. So, diese Schockwellentürme da hinten. Keine Ahnung. Eine Teamaktion davon soll ich benutzen. Okay. Gucken wir mal, wenn wir das hinbekommen. Achso. Das ist wieder die. Das schon wissen. Das ist jetzt aber. Das ist ja die. Alle Blonde. Die Litau oder wie sie heißt. Ich hab keine Ahnung. So. Jetzt warten wir hier auf den Felsbrecher. Wow. Und jetzt nehmen wir davon die Teamaktion, ja? Blade Hinge Angriff. Okay. Ah. Okay. Das sieht episch aus. Ob das auch so episch ist. Mal gucken. Erstmal vorrücken hier. Bestellen müssen wir nicht mal was. Die sind alle noch so weit in Ordnung. Schauen wir mal. Erstmal hier. Neues Ziel setzen. Bisschen weiter vorgehen. So. Geht jetzt nicht. Mal gucken wir mal, ob wir damit relativ weit nach hinten kommen. Aber anscheinend nicht. So. Machen wir das mal auf unsere eigenen Leute. Mal gucken, ob das unsere eigenen Leute pflichten wird. Ja, so ein bisschen. So. Ähm. Würdest du bitte? Möchtest abbrechen. Ah. So. Okay. So. Machen wir die in meinem Platt hier. Mal gucken, ob das so funktioniert. Das sieht eigentlich relativ gut aus. So. Jetzt hier den Turm. Na. Machst du wohl. Das geht nicht. So. Jetzt aber. Jetzt ist das Ding hier mittendrin. Aber es hat keine Wirkung. Okay. Gehen wir mal ein bisschen näher an die Türme ran. So. Noch ein bisschen. Ja. Es ist noch zu weit weg. Obwohl. Doch. Es hat es getroffen. Okay. Machen wir es gleich hier. Hier nochmal. Ein Stückchen noch. Nur ein Stückchen. Und dann müssen wir gleich die Armee aufbessern. Dass wir hier vorrücken können. So. Ähm. Ich laufe einmal hier zurück. Oder setze zumindest einen neuen Punkt. So. Steigen wir mal von hier ab. Und dann gucken wir mal rein. Wir haben noch ein bisschen was. Das wir holen können. Ja. Brauchen wir den mal. So. Euch hier ab ins Licht. Und dann gehen wir noch ein Stückchen weiter vor. Ähm. Und zweitens. Wow. Ach du Kacke. Was haben die denn da gemacht? So. Dann brauchen wir jetzt ganz schnell neue Leute. Hier. So. Davon. Davon. Wird schon. Irgendwie. Ja. Ich fliege. Und was machst du Produktives? Mal warten bis ich hier ein paar Leute habe. Obwohl die können hier eigentlich schon mal mitkommen. Wenn meine Stimme hört zu mir. Dass wir die in Büschen. Also. Die haben da den Turm komplett zerstört. Aber das ist ja gar nicht so. So. Nehmen wir hier den Felsbrecher. Wieder einmal. Okay. Ich bin die Sardine. Ihr die Dose. Also macht euch nicht in die Hose. So. Mach die da hinten platt. Mach sie fertig. So. Drinbleiben. Drinbleiben. Und. Bam. So. Vielleicht. Weiß ja nicht. Hier. Mach. Mach. Es geht nicht. Es geht gerade nicht. Es geht gerade nicht. Es geht gerade nicht. Schlecht. Ganz schlecht. Okay. Dann müssen wir. Andere Leute besorgen. Hier. Hier. Dich hier. Dich kann ich mal besorgen. Einen neuen davon. So. So. Dich. 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 die die ziehen uns einfach runter jetzt machen die uns hier gerade voll fertig ich glaube es hat alles in etwa Wien machen ja alles hier hinüber der Baum gefällt mir nicht so als ist der so ein extrem großes Übel so ja ja ich brauche Schutz ich brauche auch Schutz ich bin tot fuck ok so nehmen wir ein paar davon ein paar davon ein Heiler wird schon wir machen hier einen Turm nach dem anderen Platz ich glaube es hat alter ist der Baum heftig oh kacke wie die 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 Leute werden nicht mehr produziert oder was das ist gerade sehr schlecht der Baum ist kacke der Baum ist echt kacke oh man alter ich sterbe hier nur in einer Tour WTF ehrlich alter ich komm hier gar nicht mehr dazu irgendwas zu machen ist ja krass zu verbrennen nicht der glücklichste Tag ihres Lebens Ophelia es muss so nicht laufen dieser Mist muss doch nicht sein keine Sorge ich kümmer dich darum ist okay okay dann würde ich sagen versuchen wir das ganze dann beim nächsten Mal nochmal und ähm ja wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Brutal Legend und ich sag jetzt einfach mal tschüss und bis denn